Herzlich willkommen zu diesem Video über das Thema Geschäftsmodelle. Heute wollen wir lernen, wie digitale Geschäftsmodelle funktionieren. Dazu wollen wir natürlich erstmal verstehen, was ist denn eigentlich ein Geschäftsmodell. Dann werden wir einen Schwenk machen und schauen, wie denn eigentlich sich digitale Geschäftsmodelle von den klassischen Geschäftsmodellen unterscheiden und welches Erfolgsgeheimnis hinter digitalen Geschäftsmodellen liegt. Was ist das Besondere an sogenannten digitalen Plattformen, an einseitigen Plattformen und an zweiseitigen Plattformen und schließlich auf welche Weise kann man denn eigentlich mit digitalen Geschäftsmodellen Geld verdienen. Ja, schauen wir uns erstmal an, was ist ein Geschäftsmodell. Wenn wir das Wort zerlegen, dann zerfällt es logischerweise im Geschäft und Modell. Ein Geschäft ist eine Tätigkeit, die man ausübt, um Waren und Dienstleistungen zu tauschen, gegen Geld in der Regel und damit einen Gewinn zu erzielen. Das nennt man dann ein Geschäft. Ein Modell ist ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit. Ein Modell schafft man sich, wenn die Wirklichkeit halt super komplex ist und so viele Einflüsse hat, dass der Blick fürs Wesentliche verloren geht. Dabei hilft dann ein Modell. Ein Modell hat nur die ganz wesentlichen Eigenschaften, die eben bestimmend sind für das Funktionieren der wahren Welt. Und ein Modell ist natürlich viel einfacher zu verstehen als die echte Welt. Weil das immer noch so ein bisschen abstrakt ist, möchte ich mit Ihnen das Thema Geschäftsmodell gerne mal an einem konkreten Beispiel erklären, was jeder auf jeden Fall nachvollziehen kann. Nämlich am Beispiel eines Hotels. Wir sehen hier mal ein Bild von einem Hotelzimmer, ganz normal, wie wir das alles schon wahrscheinlich hunderte Male gesehen haben. Dient der Übernachtung. Es ist ein Zimmer, möglichst ruhig. Ab und zu gibt es noch ein paar extra Features wie Pool und Sauna in diesem Hotel. Es gibt in der Regel auch dort was zu essen. Und wir können ins Hotel gehen aus verschiedenen Gründen, weil wir im Urlaub sind, weil wir eine Wochenendtour in eine Stadt machen oder weil wir vielleicht auf Geschäftsreise sind. Und ja, für die Übernachtung bezahlen wir Geld. In der Regel bezahlen wir pro Übernachtung einen bestimmten Betrag und der ist mehr oder weniger pauschal. Also die Übernachtung ist ja eigentlich immer dabei. Ab und zu ist das Frühstück mit inkludiert. Ab und zu bekommt man noch eine Flasche Wasser aufs Zimmer. Bei anderen Hotels wiederum ist die Flasche Wasser eine Option. Dann gibt es da noch eine Minibar, wo halt zu sehr, sehr teuren Preisen Getränke oder kleine Snacks verkauft werden. Um jetzt mal dieses Geschäft systematisch und präzise zu verstehen, benutzen wir in der Folge mal ein Modell. Also wir erinnern uns, ein Modell ist ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit. Und ein solches Modell sehen wir auf dieser Folie. Wir sehen hier dieses Dreieck. Das ist das St. Galler magische Dreieck eines Geschäftsmodells. Also eine relativ einfache Darstellung. Sie sehen halt vier Kreise mit einigen Verbindungen dazwischen. Also ein relativ einfaches Modell, in dem oder mit dessen Hilfe man dieses Geschäft Hotel erklären kann. Und Sie kennen vielleicht noch ähnliche Modelle, die wir benutzen. Zum Beispiel ein Business Model Canvas ist auch so ein Modell, was wir benutzen können, um ein Geschäft zu beschreiben. Dieses hier ist noch ein bisschen einfacher. Deswegen werde ich in dieser Präsentation jetzt mal das St. Galler magische Dreieck benutzen und an diesem Modell halt erklären, wie Geschäft eigentlich funktioniert, wie man es charakterisieren kann und dann später eben auch, wie man sich ein neues Geschäftsmodell ausdenken kann. Der erste Aspekt, den dieses Modell beschreibt, ist die Frage nach dem Zielkunden. Das ist in der Regel im Marketing immer die erste Frage. Wer ist eigentlich das Ziel unserer Aktivitäten? Und so ist das auch bei dem Geschäftsmodell. Also wer sind unsere Zielkunden? In dem Hotelbeispiel könnten wir zum Beispiel sagen, es sind entweder Urlaubsgäste oder Geschäftskunden. Und Sie können sich schon leicht vorstellen, dass diese beiden Typen von Gästen sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und so gibt es dann eben auch typische Business Hotels und typische Urlaubshotels. Und ja, natürlich gibt es dann einen gewissen Überlapp, aber meistens sieht man eben bei diesen Hotels eine gewisse Spezialisierung auf das eine oder andere Segment. Vielleicht auch noch auf ein drittes oder viertes Segment. Es könnte zum Beispiel auch ein Sporthotel sein, ein Wellnesshotel und andere mögliche Themenhotels eben mit ganz, ganz spezifischen, teilweise sehr schmalen Marktsegmenten, die halt anvisiert werden. Also in diesem Falle gehen wir mal davon aus, es handelt sich um Urlaubsgäste und um Geschäftskunden. Das nächste, was wir beschreiben müssen für ein Geschäftsmodell, ist das Was. Was genau bieten wir den Kunden an? Welche Produkte oder welche Dienstleistung? Und naja, ist glaube ich relativ klar, in einem Hotel werden natürlich hauptsächlich erstmal Übernachtungen angeboten. Und wie gesagt, es gibt vielleicht Optionen, so etwas wie Pool und Sauna. Wenn wir es mit einem Business Hotel zu tun haben, gibt es auch sehr, sehr häufig verschiedene große Meetingräume, in denen man sich zum Beispiel mit Teams treffen kann, um dort zu konferieren. Ja, was ist das Nutzenversprechen? Wir wissen ja, wir halten ganz streng im Marketing zwei Dinge auseinander. Das eine sind die Features und das andere ist der Nutzen. Also ganz, ganz wichtig, diese beiden Dinge auseinanderzuhalten. Das Was, was wir gerade diskutiert haben, das sind natürlich die Features, die Eigenschaften unseres Angebotes. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist die Frage, welchen Nutzen versprechen denn eigentlich diese Eigenschaften? Ja, beim Hotel ist es, glaube ich, ganz einfach. Also ich will dann natürlich übernachten, um zu entspannen, um am nächsten Tag wieder fit zu sein. Ich will vielleicht regional etwas erleben, wenn ich dort auf Urlaubsreise bin. Oder ich suche halt eine gute Arbeitsumgebung, in der ich effektiv arbeiten kann, mit meinem Team mal so ein Dayout machen kann, dort mit zehn Leuten mal ungestört, mal zu arbeiten, ohne dass ständig jemand ins Büro rennt oder dort anruft. Der nächste Punkt, den das Modell beinhaltet, ist die Frage nach dem Wie. Wie stellen wir unsere Leistung her? Bei einem Modell wieder relativ einfach und offensichtlich. Es gibt ein Gebäude, da gibt es Zimmer drin, es gibt eine Küche, da kann gekocht werden und es gibt natürlich Servicepersonal, mehr oder weniger, je nachdem, um was für ein Hotel es sich handelt. Und wenn wir halt mal schauen, wie sozusagen dieses Hotel die Leistung erbringt, dann ist das ein Blick in die sogenannte Wertschöpfungskette. Also wie wird in diesem Hotel Wert geschöpft, Wert erzeugt. Also indem zum Beispiel die Zimmer gereinigt und instand gehalten werden, indem Speisen eingekauft und dann später verarbeitet werden, indem Buchungen zum Beispiel verwaltet werden und so weiter. Also eine ganze Menge Tätigkeiten, Aktivitäten, die man in einem Hotel entfalten muss, um eben die Hotelleistungen erbringen zu können. Und je nachdem, wie dieses Hotel positioniert ist, wird eben ein sehr unterschiedlicher Schwerpunkt gelegt auf diese verschiedenen Bereiche der Wertschöpfungskette. Wenn es ein sehr, sehr günstiges Hotel ist, dann wird man natürlich versuchen, bei Reinigung, Instandhaltung und diesen ganzen anderen Prozessen möglichst effizient vorzugehen mit möglichst wenig Personaleinsatz. Wenn man ein Romantik-Hotel ist, dann wird man natürlich sehr, sehr viel investieren in das Ambiente, dass es schön ist, dass es angenehm ist, dass es gemütlich ist. Und wenn es zum Beispiel ein Business-Hotel ist, dann wird man sich sehr drum bemühen, dass eben die Meetingräume gut aufgeräumt sind, dass die funktional sind, dass man zum richtigen Zeitpunkt Getränke nachliefert, wenn die Teams dort gerade mal eine Pause machen, dass eine gute Infrastruktur da ist, um vielleicht Videokonferenzen zu machen und so weiter. Also Sie sehen, die Wertschöpfungskette ist teilweise relativ lang für ein Hotel. Und die Schwerpunkte, was ich besonders mache, damit mein Hotel jetzt im Wettbewerb bestehen kann, die hängen eben von dem ab, was ich tue. Und hier macht es den Unterschied, wie ich die Dinge eben tue, wo ich dort meine Prioritäten setze. Ja, bei dem vierten Punkt, den wir besprechen wollen, bei der dritten Ecke des Dreiecks, da geht es um den Wert. Wie stiftet eigentlich ein Hotelbetrieb Wert? Wie kann man eigentlich Geld einnehmen, sodass der Hotelbetrieb Geld verdient? Wir sprachen ja vorhin von einem Geschäftsmodell und wir haben gesagt, ein Geschäft ist eine Tätigkeit, bei der ich Waren und Dienstleistungen handel, tausche gegen Geld in der Regel und bei dem ich Geld verdienen möchte, bei dem ich einen Gewinn erwirtschaften möchte. Nun, was ist der Gegenstand des Gewinns bei einem Hotel? Ich habe Preise für Übernachtung und Preise für Optionen für den Pool oder für die Sauna oder für die Minibar. Das ist das, woraus ein Hotel Wert generieren kann. Und wenn wir halt schauen, was ist, was für eine Art von Geld, was für eine Art von Tauschgeschäft ist es, dann ist es beim Hotel in der Regel so etwas wie ein nutzungsabhängiger Preis. Ich zahle pro Nacht oder pro Einzelzimmer und pro Doppelzimmer. Da gibt es eine Rate und je länger ich eben bleibe in dem Hotel, desto teurer wird es logischerweise. Ist ja auch nutzungsabhängig. Und die andere Seite der Medaille ist allerdings auch, dass mehr Nutzung durch Kunden für das Hotel bedeutet, dass natürlich auch mehr Leistungen erbracht werden müssen, dass mehr Servicepersonal da sein muss, dass mehr gereinigt werden muss. Und diese mehr Nutzung gleichbedeutend mit mehr Aufwand oder mehr Kosten, das ist eben was ganz, ganz Typisches für die klassischen Geschäftsmodelle. Und wir werden gleich sehen, dass bei digitalen Geschäftsmodellen das teilweise etwas anders gelagert ist. Dort ist es nämlich häufig möglich, mehr Kunden zu haben, mehr Aufträge abzuarbeiten, ohne dass ich mehr Aufwand habe. Dann redet man davon, dass ein Geschäftsmodell skalierbar ist. In diesem Falle ist es nicht unbedingt skalierbar. Etwas ist es sicherlich skalierbar, wenn ich halt immer das Hotel voll habe und die Gäste relativ lange bleiben. Dann muss ich vielleicht nicht ganz so häufig die Bettwäsche wechseln zum Beispiel. Also etwas spare ich mir schon. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich halt viele, viel mehr Kunden habe, dann muss ich als Dienstleister, der ein Hotel betreibt, natürlich auch mehr arbeiten, mehr Arbeitszeit dort einsetzen. Was relativ wenig bekannt ist, ist, dass man Geschäftsmodelle auch innovieren kann, dass man Innovationen erzeugen kann, die auf neuen, neuartigen und erfolgreichen Geschäftsmodellen basieren. Was wir alle kennen und hier schauen wir mal in diese Grafik. Wir haben auf der X-Achse die Zeit aufgetragen und auf der Y-Achse das Innovationspotenzial. Was wir alle kennen, ist die untere Kurve Produkt- und Technologie-Innovation. Und da fallen uns natürlich gleich ganz viele ein, wie hier. 2007 wurde das erste iPhone veröffentlicht, das erste iPhone angeboten. Und das war natürlich eine ganz tolle Innovation, ein ganz tolles neues Produkt. Und ja, es gibt natürlich auch Prozessinnovationen. Wenn wir mal so ein bisschen überlegen, was ist in der Geschichte, was hat so einen richtigen Hub gebracht bei der Produktion, dann fällt uns vielleicht gleich ein die Fließbandfertigung. Henry Ford hat sie eingeführt in den 1920er Jahren, hat dort sein berühmtes Ford Modell T, die Tin Lizzy, produziert. Dadurch, dass nämlich ein Fließband eingeführt wurde und die Arbeit eben geteilt wurde. Dass jeder, der am Fließband gearbeitet hat, sich spezialisiert hat auf ganz bestimmte Tätigkeiten und so man eben super effizient wurde und Autos viel, viel billiger und in viel größerer Stückzahl produzieren konnte. Das war eine klassische Prozessinnovation. Ja, Geschäftsmodell-Innovationen, um die es eigentlich heute geht, die kennen wir natürlich auch. Vielleicht nicht ganz so bekannt, aber wenn wir zum Beispiel überlegen, was macht Amazon anders als andere Händler? Was macht Amazon anders als Einzelhändler, die wir so in den Städten und Dörfern kennen? Was macht Amazon anders als so klassische Kataloghändler, wie es die früher gab? Dann wird uns sicherlich einfallen, dass das eine ganze Menge von Punkten sind. Und da möchten wir heute weiter darauf eingehen. Was macht eigentlich ein Amazon anders als andere Geschäfte, als ein Einzelhandelsgeschäft in einer Stadt beispielsweise? Und das möchten wir heute ein bisschen intensiver beleuchten. Wenn wir uns mit Geschäftsmodell-Innovationen beschäftigen und schauen uns mal einige Firmen an, von denen wir so vom Gefühl her sagen würden, das sind auf jeden Fall innovative, moderne Unternehmen, dann machen die immer etwas entscheidend anders als alle anderen in der Branche. Und vielleicht einfach mal so ein paar Schlaglichter auch so als kleine Motivation. Ja, Amazon, wir hatten es gerade schon, ist sicherlich der größte Buchhändler der Welt, hat aber keinen einzigen eigenen Buchladen. Uber ist das größte Taxi-Unternehmen der Welt, hat aber selber kein einziges Taxi. Airbnb ist mittlerweile das größte Beherbergungsangebot der Welt, hat aber kein einziges Hotel. Oder Apple ist der größte Musikhändler der Welt, hat aber weder ein Musiklabel, noch hat Apple jemals eine CD verkauft. Also das ist halt ganz offensichtlich, dass die Großen der Branche, die auch die Erfolgreichen der Branche, dass die etwas ganz anders machen, als es vorher war. Und dem werden wir heute mal auf die Spur gekommen. Ja, wenn man sich nochmal die Bedeutung dieser Geschäftsmodell-Innovationen halt anschaut, dann gibt es einen Autor, der Herr Gassmann, das ist der, der auch das Buch geschrieben hat und dieses magische St. Galler Dreieck veröffentlicht hat, dann gehen diese Autoren, der Gassmann und Kollegen so weit, zu sagen, dass der Wettbewerb in Zukunft nicht mehr zwischen Produkten oder mit Prozessinnovationen stattfindet, sondern dass das zwischen Geschäftsmodellen stattfindet. Also innovative Geschäftsmodelle, die werden sich gegenseitig den Rang ablaufen und nicht mehr unbedingt bessere Produkte oder bessere Prozesse. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie eigentlich digitale Geschäftsmodelle aussehen, dann wird uns, glaube ich, ganz schnell auffallen, dass eigentlich alle Geschäfte mittlerweile irgendetwas Digitales machen. Man kann fast überall mit einer Karte bezahlen. Alle Geschäfte haben eigentlich eine Homepage irgendwo im Web. Es gibt so Dinge wie Terminvereinbarungen, die ich machen kann, wie hier in dem Beispiel beim Friseur. Oder ich könnte zum Beispiel Waren vorbestellen, die Lagerbestände prüfen. Alles, was es halt einfacher macht, mit diesem Geschäft ins Geschäft zu kommen. Ja, das sind dann aber trotzdem analoge Geschäftsmodelle, also althergebrachte Geschäftsmodelle. Und die nutzen einige Elemente der Digitalisierung, um vor allen Dingen Prozesse zu vereinfachen, Prozesse effizienter zu machen und teilweise auch Prozesse ein bisschen besser und angenehmer zu machen. Das sind aber nach wie vor analoge Geschäftsmodelle. Die würden definitiv auch funktionieren ohne diese digitalen Elemente. Die nächste Ausbaustufe bei digitalen Geschäftsmodellen sind die digital erweiterten Geschäftsmodelle. Digital erweitert heißt, dass digitale Tools eingebaut werden in die Leistungserbringung. Wir machen das mal in einem praktischen Beispiel. Wir sehen hier eine Konfigurationsseite eines Anbieters, der Plissés herstellt. Plissés, das sind diese Rollos, die man vor die Fenster machen kann, die man sowohl von unten als auch von oben hoch und runter machen kann. Und die haben die Eigenschaft, dass sie natürlich individuell angefertigt werden müssen, weil Fenstergrößen sind in der Regel ja nicht genormt. Alle sind unterschiedlich groß. Und wenn man so einen Plissé haben möchte, dann muss der eben ganz genau in den Fensterrahmen reinpassen, genau vor die Scheibe. Und da kommt nämlich Digitalisierung ins Spiel. Da wird der Kunde mit einbezogen in das Herstellen ebenso eines Produktes, eines solchen Plissés. Und zwar muss man dann eben als Kunde sein Fenster vermessen und muss halt die Maße sehr genau eingeben. Wir sehen das hier unten rechts, Höhe und Breite des Fensters. Es wird auch ganz genau gesagt, von wo bis wo ich messen soll und wie das halt funktioniert, damit ich korrekt messe. Und dann werden halt noch etliche andere Punkte abgefragt, aus welchem Material denn eigentlich mein Fenster ist, wie ich das gerne denn dieses Plissé dort befestigen möchte, ob es blickdicht sein soll, welcher Stoff sein soll, ob es sonnendurchlässig sein soll und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ja, ich denke, kein Plissé wird wie das andere sein. Die werden alle unterschiedlich, alle individuell sein. Und das ist ein Punkt, wo eben digitale Lösungen absolut gut unterstützen können. Ich kann nämlich individuelle Produkte hier anfertigen für das eine Fenster in Deutschland, was genau diese Maße hat und was genau mit diesem Plissé versorgt werden soll. Und ich kann es halt sogar einigermaßen effizient erbringen, diese Leistung. Sonst haben wir immer große Probleme mit individuellen Leistungen. Die sind in der Regel sehr, sehr teuer. Aber auf diese Art und Weise mit einem digital erweiterten Geschäftsmodell kann ich auch eine Losgröße von 1 herstellen zu wettbewerbsfähigen Preisen. Also das ist die zweite Evolutionsstufe digital erweiterte Geschäftsmodelle. Die dritte Stufe und darum soll es dann heute auch im weiteren gehen, sind wirklich die digitalen Geschäftsmodelle. Das sind Geschäftsmodelle, diese dritte Evolutionsstufe, die funktionieren nur noch digital. Die könnte man gar nicht so analog anbieten. Also Ubers Taxi Vermittlung, Ubers Fahrvermittlung würde nicht funktionieren, auf gar keinen Fall ohne Internet. Da gäbe es halt die klassischen Taxi Betriebe und den würde Uber ohne Internet es niemals schaffen, Konkurrenz zu machen. Und ja, wenn wir die ganzen anderen Punkte hier durchgucken, eBay ist glaube ich relativ klar eine Online-Versteigerung. Sicher, Versteigerungen gab es immer schon in der Geschichte. Aber diese Art von Versteigerung, diese Art von Marktplatz, wo sich Anbieter und Nachfrager treffen können, die gibt es halt natürlich nur in der digitalen Welt. Das funktioniert so natürlich auf gar keinen Fall mehr analog. Und das sind eben, das ist die dritte Evolutionsstufe, die rein digitalen Geschäftsmodelle. Was passiert denn nun eigentlich bei der Digitalisierung des Geschäftes, bei der Digitalisierung der Wertschöpfungskette? Die Wertschöpfungskette wird in der Regel durch die Digitalisierung dramatisch geändert. Und es werden zum Beispiel einige Schritte eliminiert und das ist glaube ich viel leichter zu verstehen am praktischen Beispiel. Und deswegen wollen wir uns mal eine ganz pauschale Wertschöpfungskette hier anschauen. Also eine analoge Wertschöpfungskette. Beispielsweise haben die Unternehmen wie HP oder Acer, also Computerhersteller, die haben Zulieferer. Wir sehen es links in dieser Wertschöpfungskette. Das eigentliche Unternehmen stellt dann die Computer her. Die werden an einen Großhandel geliefert. Großhändler verkaufen die Computer wieder an Einzelhändler und dort kauft der Endkunde in der Regel die Produkte. Die Firma Dell hat es halt ganz anders gemacht. Die hat nämlich von Anfang an einen digitalen Ansatz gefahren. Und der digitale Ansatz, der sieht halt so aus, dass Dell zwei Dinge getan hat. Nämlich selber Computer hergestellt. Dell ist kein Händler und hat direkt an die Kunden verkauft, also Direktverkauf eingeführt. Und das zweite ist, dass Dell produziert hat nur nach Kundenwunsch. Also man kann bei Dell einen Computer bestellen, kann ihn konfigurieren und der wird dann in Windeseile zusammengebaut. So konfiguriert, wie die Kunden das haben möchten und an die Kunden ausgeliefert. Das ist zumindest bei einigen Computern macht Dell das halt immer noch so. Und das macht es halt einfach so besonders effizient. Also es liegen nicht irgendwie fertig zusammengeschraubte Computer auf Lager, die dort alt werden und an Wert verlieren, sondern es liegen Komponenten auf Lager und dort wird dann halt nach Kundenwunsch eben ein Computer zusammengebaut. Und Dell, wie gesagt, ein ganz renommiertes Unternehmen, was eingebrochen ist in das Geschäftsmodell, was halt eben traditionelle Computerhersteller hatten. Und wenn wir uns mal die Wertschöpfungskette anschauen, also Großhandel und Einzelhandel hier in diesem Fall bei Dell völlig ausgeschaltet. Dell verkauft direkt seine Computer an die Endkunden. Und ja, das ist eben halt eine große Innovation und wir können uns sicherlich vorstellen, denn wenn halt Schritte in der Wertschöpfungskette entfallen, dass das halt schon einen ganz schön großen Hub macht in Bezug auf die Effizienz dieser Wertschöpfungskette. Also die Firma Dell spart sich dort einiges, was ansonsten an Marge hängen bleibt im großen Einzelhandel und kann das halt eben selber nutzen. Viele der super erfolgreichen Geschäftsmodelle, von denen wir gerade schon einige Beispiele gehört haben, gehören zu den sogenannten Plattformen und zwar zu den zweiseitigen Plattformen. Was bedeutet das Plattform und zweiseitig? Das bedeutet letztendlich und wir machen das hier mal am Beispiel von Airbnb, also dieser Übernachtungsvermittlungsplattform. Das bedeutet halt, dass diese Plattform zwei verschiedene Typen von Kunden hat. Airbnb, glaube ich ganz klar, hat auf der einen Seite, das sehen wir links, halt die Gastgeber, die halt Räume zur Verfügung stellen wollen, die Zimmer anbieten. Und auf der anderen Seite gibt es die Gäste. Also diese beiden verschiedenen Kundentypen, die die Plattform adressiert, die nennt man halt dann eben zwei Marktseiten, die zwei Seiten des Marktes. Und die Plattform, die steht sozusagen dazwischen. Die Plattform ist halt der Vermittler. Und ja, wie Airbnb funktioniert, das brauche ich, glaube ich, gar nicht groß zu erklären. Das haben bestimmt schon ganz viele von Ihnen ausprobiert. Aber so der Kern der Sache ist natürlich, dass Gastgeber eben auf der Plattform ihre Leistung anbieten, nämlich Zimmer. Dass die Gastgeber halt sich dort präsentieren können, also klassisches Marketing machen können über diese Plattform. Und natürlich auch, dass die ganze Abrechnung funktioniert über diese Plattform. Und auch die Kommunikation zwischen Gast und Gastgeber geht über die Plattform. Und was eben auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Plattform die Gastgeber bewertet. Die Plattform bewertet auch die Gäste, aber eben auch die Gastgeber. Und dort gibt es halt Sterne. Man kann Kommentare hinterlassen. So haben halt die Gäste die Möglichkeit, über die Plattform Gastgeber rauszufinden. Ganz, ganz einfach. In welcher Region, in welcher Stadt suche ich eine Unterkunft? Wie viele Zimmer brauche ich? Wie viele Betten brauche ich? Welche Preisklasse brauche ich? Möchte ich lieber privat oder lieber etwas professionell? Ein professionell geführtes Hotel sogar oder eine Pension? Und ja, dieser Service findet halt über die Plattform statt. Auf der anderen Seite eben die Gäste. Die können eben ganz einfach suchen, können Anfragen stellen, ihren Mietpreis dort relativ sicher bezahlen. Falls irgendwas nicht klappen sollte, bekommen die Gäste ihren Mietpreis wieder zurück. Das ist sozusagen dieser Mehrwert oder einer der Mehrwerte dieser Plattform. Und ja, so haben eben beide Seiten etwas davon. Durch Airbnb ist tatsächlich ein richtig neuer Markt entstanden. Viele Gastgeber, die gar keine Profis sind, sondern einfach ihr Zimmer oder ihre Wohnung mal für ein, zwei oder mehrere Wochen vermieten wollen. Die können das eben auch tun über Airbnb. Es gibt ja Leute, die zum Beispiel ihre Wohnung nur saisonal nutzen und in der Rest der Zeit eben das gerne untervermieten würden. Oder zum Beispiel Studenten, die ihre Bude jetzt während der Semesterferien untervermieten möchten, die könnten das halt auch über Airbnb tun. Also Plattformen sind Matchmaker zwischen Anbietern und Kunden und der Mehrwert dieser Plattform ist natürlich, dass dieses Matchmaking besonders gut und besonders effizient eben abläuft. Hier sehen wir nochmal eine Systematik, wie diese digitalen Plattformen eingeteilt werden. Wir sehen hier auf der einen Seite links die einseitigen Plattformen und rechts die zweiseitigen Plattformen. Ja, was sind typische einseitige Plattformen? Sind natürlich Handelsplattformen in dem Sinne, dass es ein Unternehmen gibt, was seine Waren anbietet. Also die Otto Group beispielsweise oder Adidas und Mercedes, alle möglichen Unternehmen bieten mittlerweile Online-Shops an. Das sind sogenannte einseitige Handelsplattformen. Interessanterweise ist auch vor langer Zeit Amazon so gestartet. Amazon ist als einseitige Handelsplattform gestartet, nämlich als Online-Buchladen und hat dann eben im Laufe der Zeit andere Artikel dazu genommen ins Portfolio und hat sich dann irgendwann geöffnet, auch für andere Anbieter. Sie kennen vielleicht den Amazon Marketplace. Das ist halt eine Möglichkeit, wo selbstständige Händler über die Amazon Plattform ihre Waren anbieten können. Also ist aus der einseitigen Plattform im Laufe der Zeit eine zweiseitige Plattform geworden. Ja, neben den Handelsplattformen gibt es natürlich sowas wie Data Sharing Plattformen. Also wenn wir mit modernen Autos durch die Gegend fahren, dann werden dort halt Daten gesammelt für alle möglichen Zwecke. Im einfachsten Falle für den digitalen Verkehrsfunk, dass ich halt sehen kann auf meiner Karte, wo Stau ist und wo freie Fahrt ist. Ja, aber es gibt ganz, ganz viele andere einseitige Plattformen noch, die zum Beispiel natürlich auch Online-Auftritte von verschiedenen Firmen, aber auch Internet of Things, IoT ist halt ein großer Bereich, dass ich zum Beispiel eben meine Heizung an das Internet angeschlossen habe und der Heizungshersteller, der schafft es dann über eine Cloud, dass ich aus der Entfernung beispielsweise meine Heizung fernsteuern kann. Das wäre so ein klassischer Service, ein klassischer Cloud-Service aus dem Bereich Internet of Things. Ja, wenn wir uns auf die rechte Seite mal blicken, also die zweiseitigen Plattformen, dann haben wir wie gerade schon erläutert mit dem Beispiel Airbnb, die klassischen Matchmaker, also wo ich zwei Marktseiten zusammenbringe, Anbieter und Nachfrager für verschiedene Aspekte. Ja, dann gibt es natürlich Nachrichtenseiten, die hier als Audience Maker bezeichnet werden. Soziale Netzwerke gehören sicherlich dazu. Auch da gibt es mehrere Marktseiten. Also es gibt natürlich Anbieter von Produkten, Anbieter von Dienstleistungen, Anbieter von Ideen, die dort halt interagieren mit Endnutzern, die wiederum aber auch ihre Ideen geben können und die dort halt eben teilen und kommentieren können. Sie kennen es ja zu Genüge. Ja, dann gibt es Transaktionssysteme, zum Beispiel Amazon Pay oder PayPal. Also Systeme, die auch wieder zwei Marktseiten bedienen, die auf der einen Seite zum Beispiel die Online-Shops als Kunden haben und dann eben gleichzeitig die Endkunden als Kunden haben und zwischen diesen beiden eben einfaches und sicheres Bezahlen ermöglichen. Ja, dann gibt es noch Software-Plattformen. Also Software-as-a-Service wird das halt immer so gerne genannt. Also Plattformen, in denen ich zum Beispiel eben als Kunde meine Software benutzen kann. Ich brauche meine Software gar nicht mehr wirklich zu installieren. Ich brauche mich auch nicht um Updates zu kümmern. Das wird über die Plattform abgewickelt und dort können eben Software-Anbieter diese Programme zur Verfügung stellen. Ja, warum sind denn jetzt eigentlich einige Plattformen so sensationell erfolgreich? Das ist vor allen Dingen eben bei zweiseitigen Plattformen der Fall. Und der Schlüsselbegriff heißt hier Netzwerkeffekte. Netzwerkeffekte bedeutet, dass die eine Marktseite einen Vorteil davon hat, wenn die andere Marktseite besonders stark ist. Um das mal in ein Beispiel zu bringen, das ist das Beispiel, was hier hinterliegt. Uber, der Taxifahrvermittler. Es ist natürlich für Kunden, für Leute, die ein Taxi benutzen möchten, besonders attraktiv, wenn diese App Taxifahrer vermittelt und es da sehr, sehr viel davon gibt und ich in sehr, sehr kurzer Zeit zu günstigen Preisen Taxi fahren kann. Auf der anderen Seite ist es für Taxifahrer besonders attraktiv, wenn sehr viele Kunden diese App installiert haben und auch diese App benutzen, um zu fahren, weil es dann natürlich logischerweise viel, viel mehr Kunden und viel, viel mehr Nachfrage gibt. Und auf der Plattform treffen sich eben diese beiden Seiten. Und ja, die Angebot und Nachfrage regelt den Preis. Das wissen wir alle aus der Marktwirtschaft. Und das ist letztendlich das, was auch in diesem etwas vielleicht komplizierten Bild dargestellt ist. Also wir sehen hier so mehrere Regelkreise. Wenn halt die Preise hoch sind, dann wird es natürlich weniger Fahrgäste geben. Aber dann sind natürlich mehr Fahrer gewillt zu fahren, um halt dort mehr Geld zu verdienen. Wenn das aber so ist und es viele Fahrer gibt auf der einen Seite, dann werden die Preise sinken und es werden wieder mehr Nachfrager kommen. Also das ist sozusagen die Marktwirtschaft konzentriert auf diese eine Dienstleistung, nämlich Vermittlung von Fahrdienstleistungen und auf diese eine Plattform fokussiert. Und das ist das, was eben den großen Erfolg ausmacht. Ich habe vorher schon mal über das Stichwort Skalierbarkeit gesprochen. Das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel Uber für die Skalierbarkeit von Plattformen. Uber muss nicht mehr Mitarbeiter einstellen, wenn es mehr Kunden gibt. Das wäre der Fall bei jedem Hotel zum Beispiel, muss ich irgendwann mehr Mitarbeiter einstellen, um halt die Räume zu pflegen und wieder auf Vordermann zu bringen. Sondern Uber hat eben ein skalierbares Geschäftsmodell. Die müssen sicherlich ein paar mehr Server kaufen und sicherlich haben die auch noch andere Aufwendungen. Aber grundsätzlich ist dieses Geschäftsmodell skalierbar. Uber heißt, es kann halt wachsen, der Umsatz kann wachsen, der Gewinn kann wachsen, wenn halt mehr Anbieter und mehr Kunden diese Plattform nutzen. Aber eben ohne, dass Uber selber mehr Personal oder andere Ressourcen bereitstellen müsste. Das nennt man eben Skalierbarkeit von Geschäftsmodellen. Und das ist eben ganz besonders dann geboten, wenn ich Plattformen anbiete und wenn ich eben zweiseitige Plattformen habe. Weil Uber natürlich nicht neue Taxis kaufen muss, muss kein Kapital für neue Taxen bereitstellen oder neue Fahrer bezahlen, braucht auch nicht das unternehmerische Risiko der Fahrer zu tragen. Wenn es jetzt mal eine Wirtschaftsflaute gibt oder wenn die Wetterlage einfach zu schön ist, dass Leute keine Taxis benutzen, sondern alle zu Fuß gehen. Also diese Risiken und diese Aufwendungen, die sonst Unternehmen haben, die hat Uber eben nicht. Und das führt eben dazu, dass diese Plattform als skalierbar bezeichnet werden kann. Von dieser sogenannten Plattform-Ökonomie haben natürlich alle Beteiligten etwas, die auf so einer Plattform tätig sind. Da ist zum ersten natürlich mal der Plattform-Betreiber. Der will natürlich mit dieser Plattform Geld verdienen. Der schöpft halt die eine oder andere Marktseite ab. Also entweder müssen Endkunden oder Anbieter oder eben beide Seiten sich finanziell dort beteiligen an der Plattform. Wie auch immer das jetzt aussieht und welche Seite man mehr geldmäßig abschöpft, das ist eben Strategie der Plattform. Das müssen halt die Plattformbetreiber festlegen. Man schafft es natürlich durch das Etablieren so einer Plattform eine gewisse technologische Dominanz zu bekommen. Also der Standard fürs Verkaufen zum Beispiel von Auktionen ist sicherlich ganz klar eBay, zumindest in Richtung Endkundenmarkt. Und all die anderen Konkurrenten, die mit eBay zusammen gestartet sind, die sind halt vom Markt verschwunden oder haben sich in irgendwelche Nischen zurückgezogen. Dieses Phänomen dieser Monopolbildung, die man hat, nennt sich die Spielregel des The Winner Takes It All. Also der Gewinner streicht sozusagen alle Marktanteile ein. Der Erste, der so ein Wettrennen gewinnt, der wird halt der Einzige sein, der diese Funktionalität, diese Plattform-Funktionalität im Internet in der Zukunft anbieten kann. Und alle anderen werden eben verschwinden. Ja, Daten sind etwas ganz, ganz Wertvolles. Das wissen wir alle. Alle Welt redet von Big Data und natürlich können Plattformbetreiber diese Daten anzapfen. Es gibt die verschiedensten Daten über die Anbieter, über die Kunden, über Präferenzen von beiden Seiten, über das Verhalten von Anbietern und Kunden, über Volumina von Transaktionen. Und da kann man natürlich sehr, sehr viel rausziehen an Wert und kann diesen Wert wieder verkaufen, entweder an eine der beiden Marktseiten oder eben auch an Dritte. Das sind die Vorteile, welche die Plattformbetreiber haben. Auch die Anbieter haben natürlich einen großen Vorteil von Plattformen. Das ist zunächst natürlich mal der einfache und leichte Zugang zu einem ganz großen Kundenstamm, zu potenziellen Kunden. Also ein Marktzugang, den die Anbieter alleine ohne diese Plattform nicht hätten. Ja, darüber hinaus ist es natürlich sehr effizient, auch für Anbieter so eine Plattform zu benutzen. Es gibt Standards, Qualitätsstandards. Es gibt Standards technologischer Art. Und ja, es ist natürlich auch zum Beispiel das Thema Betrug wird durch solche Plattformbetreiber natürlich auch versucht, in engen Grenzen zu halten. Schlussendlich sind natürlich noch die Nachfrager da, die auch einen Riesenvorteil von dieser Plattform haben. Die können natürlich auswählen unter verschiedenen Anbietern, unter verschiedenen Angeboten, in der Regel sehr gut strukturiert für den jeweiligen Anwendungsfall, die Angebote halt vergleichen und haben eben einen sehr einfachen, sehr komfortablen Zugang zu Produkten und zu Dienstleistungen. Und durch die intensive Wettbewerbssituation auf der Plattform führt das natürlich auch zu Preisvorteilen, tendenziell eben zu sinkenden Preisen für die Nachfrager. Wie die Netzwerkeffekte so wichtig sind, muss man natürlich beim Konzipieren einer Plattform ganz besonders darauf achten, dass man diese ausreichend berücksichtigt hat. Das gilt natürlich am Anfang, wenn man eine Plattform konzipiert, aber auch später beim Betrieb der Plattform muss man zusehen, dass die Netzwerkeffekte idealerweise immer weiter ausgebaut werden. Ganz am Anfang hat man natürlich das Problem, dass man auf beiden Seiten der Plattform, also auf beiden Marktseiten, keine Kunden hat. Am Beispiel von Airbnb gibt es zum Beispiel am Anfang natürlich weder Gastgeber noch potenzielle Gäste, die nach Wohnungen oder Ferienwohnungen suchen. Um dieses jetzt aufzulösen, ist es meistens so, dass man am Anfang erstmal eine relativ lange Zeit investieren muss. Und zwar investiert man in der Regel ganz besonders auf einer Seite. Man macht für eine Seite die Plattform besonders attraktiv, zum Beispiel dadurch, dass man sie kostenlos anbietet. Also man könnte zum Beispiel bei Airbnb hingehen und die Kosten für die Vermieter, für die Gastgeber ganz weit runtersetzen oder gar bei Null belassen. Und der suchenden Seite, nämlich den potenziellen Gästen einer Ferienwohnung oder eines Zimmers, denen halt die Kosten aufzubürden. Und so ist das da auch konzipiert bei Airbnb und dadurch erreicht man natürlich relativ schnell, dass diese Plattform extrem interessant für Gastgeber wird. Und wenn das jetzt noch kombiniert wird mit eben einer guten Bewertung der Gastgeber, dann kann man natürlich diesen Vorteil an die Kunden vermarkten, die dann eben dafür bezahlen. Diese Problematik wird auch gerne Chicken and Egg Problem genannt. Also was war zuerst die Henne oder das Ei? Und ja, das ist halt eines der großen Herausforderungen, die man eben beim Konzipieren einer neuen Plattform bedenken muss. Wenn man ein Geschäftsmodell innovieren möchte und ein klassisches Geschäftsmodell nun vor Augen hat, dann, so Gassmann und Kollegen, ist es notwendig, dass mindestens zwei dieser vier besprochenen Elemente des Geschäftsmodells geändert werden und auf die neue Situation angepasst werden. Und das wollen wir uns jetzt im folgenden Mal im Detail anschauen. Ja, dazu wollen wir jetzt mal gucken, was sich eigentlich verändert hat, als Airbnb sein Geschäftsmodell aus der Taufe gehoben hat im Vergleich zu dem, was wir vorher besprochen haben, nämlich dem Geschäftsmodell von Hotels. Und da gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch diese verschiedenen Punkte durch, die das St. Galler Magische Dreieck hier beschreibt. Und wir schauen mal, welche Änderungen Airbnb da vorgenommen hat. Ja, schauen wir erst mal auf der rechten Seite an, wie das war bei dem Hotel. Also wer war Zielkunde eines Hotelzimmers? Wir hatten gesagt Urlaubsgäste oder Geschäftsreisende. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das bei Airbnb ist. Also Urlaubsgäste gibt es sicherlich auch. Und ja, vielleicht eher nicht so Geschäftsreisende, eher Leute, die Erlebnisse suchen, die zum Beispiel in Städte fahren. Also gerade in Städten werden sehr viel Airbnbs angeboten, auch zu sehr unterschiedlichen Konditionen. Und das ist vielleicht so diese Zielgruppe, könnte man vielleicht besser mit Erlebnisreisenden beschreiben. Wenn wir vergleichen, was angeboten wird im Hotel mit Airbnb, dann waren wir zu der Erkenntnis gekommen, Hotels bieten selbstverständlich Übernachtungen in Hotelzimmern an, vielleicht noch Pools, Sauna und Meetingräume. Und das Nutzenversprechen ist Entspannung, vielleicht regionale Erlebnisse oder vielleicht auch eine effektive Arbeitsumgebung, einen erholsamen Schlaf für das Business Meeting am nächsten Tag. Wenn wir das jetzt vergleichen, was angeboten wird mit Airbnb, ich habe mal in orange markiert, das, was sich geändert hat. Ja, Übernachtungen werden natürlich auch angeboten, aber es werden individuelle, private oder auch professionelle Unterkünfte angeboten. Also bei Airbnb gibt es die beiden Arten von Gastgebern. Also tatsächlich Endkunden, die für eine gewisse Zeit zum Beispiel ihre Wohnung untervermieten, weil sie nicht da sind, weil sie im Urlaub sind oder längere Zeit auf Geschäftsreise sind oder vielleicht auch Studenten, die Semesterferien haben und dann ihre Wohnung untervermieten möchten. Ja, das ist das Nutzenversprechen bei Airbnb. Also Übernachtungen natürlich auch, aber häufig eben auch sehr kostengünstig. Gerade dann, wenn es von Endkunden kommt, die jetzt halt untervermieten, die haben ja letztendlich keine besonderen Extrakosten mit der Vermietung. Das sind eh da Kosten. Die müssen ohnehin ihre Miete bezahlen. Und das, was Airbnb helfen kann, ist, ja, die Miete ein bisschen erträglicher gestalten in der Zeit, in der man nicht da ist. Ja, es werden von Airbnb Erlebnisse angeboten und der Anschluss an eine Community. Also das ist das, was der Gründer von Airbnb anführt. Der Anschluss an eine Community, dass nämlich ein gewisser Flair dort herrscht bei allen, die bei Airbnb mitmachen. Als nächstes schauen wir uns mal an, wie die Leistung erbracht wird. Also im Hotel war ganz klar, es gibt Hotelgebäude. Dort gibt es halt Zimmer. Und ja, die Wertschöpfung, die besteht halt hauptsächlich darin, nämlich die Zimmer schön vorzubereiten, für neue Gäste zu reinigen, instand zu halten. Das ganze Hotel ja dann, was die Speisen angeht, einzukaufen und die Lebensmittel zu verarbeiten, Buchungen zu verwalten und was es sonst noch an direkten Services gibt. Wenn wir das jetzt wieder vergleichen mit Airbnb, dann sehen wir, dass Airbnb eben keine Hotels hat, kein einziges Hotel, sondern dass Airbnb vermittelt zwischen Gastgebern und Gästen. Dazwischen steht halt die Airbnb-Plattform und es ist eine reine Vermittlungsleistung. Und die Wertschöpfung von Airbnb besteht darin, dass Apps zur Verfügung gestellt werden, dass das sehr gut strukturiert ist, dass es Suchkriterien gibt, dass es ein Buchungssystem gibt mit Kalendern, dass es ein Abrechnungssystem gibt, dass es ein Bewertungssystem gibt. Also es sorgt letztendlich dafür, für eine gewisse Solidität, für Vertrauen in diesem Netzwerk. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie Wert geschaffen wird für das Hotel, dann haben wir auch gesagt, es gibt natürlich Einnahmen aus Übernachtung und vielleicht auch noch Einnahmen aus der Nutzung von Optionen wie Pool oder Spa-Bereich oder die Minibar und vielleicht auch aus der Küche was zu essen. Ja, wie funktioniert diese Einnahmen? Also es gibt natürlich einen nutzungsabhängigen Preis, haben wir gesagt. Also jede Übernachtung kostet eine Pauschale. Und ja, der Nachteil für das Hotel ist natürlich, je mehr Gäste ich habe, desto aufwendiger wird natürlich die Leistungserbringung. Das heißt, ich kann dieses Geschäft nicht so ohne weiteres skalieren. Ich brauche halt mehr Mitarbeiter und mehr Küchenpersonal und mehr Lebensmittel und so weiter, was das Hotel eben verbraucht. Wenn ich die andere Seite jetzt anschaue, Airbnb, dann entsteht der Wert aus etwas ganz anderem. Der Wert entsteht nämlich aus prozentualen Vermittlungsprovisionen. Also die Kunden, die Gäste, die eine Herberge suchen, eine Übernachtungsmöglichkeit suchen, die zahlen bei Airbnb prozentual einen Aufschlag, eine Servicegebühr. Und die wird auch ausgewiesen. Da weiß man auch, was sozusagen bei Airbnb an Geld landet und was man selber eben dem Gastgeber für die Übernachtung überweist oder was Airbnb natürlich dann dem Gastgeber überweist. Ja, was ist das Ertragsmodell? Also es ist ein ganz klar ein Provisionsmodell und der große Vorteil eben dieser Plattform ist, es ist beliebig skalierbar. Also im Gegensatz zum Hotel, wo mehr Personal eingestellt werden muss, muss bei Airbnb wahrscheinlich müssen die Server so ein bisschen geupgradet werden. Aber ansonsten muss nicht wirklich wesentlich mehr Personal eingestellt werden. Und dann spricht man eben von der Skalierbarkeit dieses Geschäftsmodells. Und wir sehen jetzt in der Summe, dass sich dort tatsächlich einiges verändert hat. Ich spreche leicht andere Zielkunden an. Ich biete beim Was etwas anderes an. Vermittlungsdienstleistung versus Hotelzimmer. Das Wie ist anders, die Wertschöpfung ist anders und der Wert, der entsteht für diejenigen, die das Geschäft betreiben, die das Geschäftsmodell betreiben, ist offensichtlich auch sehr, sehr anders. Also wir sehen hier sind viel mehr als diese beiden notwendigen Punkte halt aktualisiert worden oder oder innoviert worden. Und ja, deswegen Airbnb ist dementsprechend ein innovatives Plattform Geschäftsmodell. Wie findet man denn jetzt eigentlich die richtige Art und Weise, wie ich meine Leistung in einem innovativen Geschäftsmodell, was digital basiert ist, wie ich meine Leistung abrechne? Und da gibt es eine Hilfe von Ralf Kreuzer aus dem Toolbox für digitales Business. Und das zeigt halt sehr schön in dieser Grafik, ja, in welchem Fall eigentlich welche Art von Monetarisierung, also welche Art von Abrechnung in Frage kommt. Wir haben auf der X-Achse aufgetragen die Komplexität dieses Monetarisierungsmodells, also von Standard und einfach bis hochentwickelt. Und auf der Hochachse, auf der Y-Achse haben wir die Art der Beziehung zum Kunden. Also ganz unten transaktionsbezogen, also klassisch ein Verkauf eines Produktes oder einer Dienstleistung. Ja, in der Mitte relational, also irgendwas, was mit Beziehungen zu tun hat, wo die Beziehung zwischen Anbieter und Kunde im Vordergrund steht. Und ganz oben wird die Eigenschaft als kollaborativ bezeichnet. Und also Kunden und Anbieter arbeiten irgendwie zusammen. Und in dieser Szene, da gibt es nun verschiedene Monetarisierungsmodelle, die sich herausgebildet haben. Ja, ganz unten, ganz links, also bei Standardprodukten transaktionsbezogen, da versucht man ein Hardware-Premium zu bekommen, also etwas draufzuschlagen für besseren Service, für digitalen Service, für etwas Schnelleres zum Beispiel. Im Bereich der Beziehungen, da gibt es zum Beispiel Servicegebühren oder Gebühren durch die Bezahlung von Datenbereitstellungen. Das heißt, ich als Kunde bin teilweise ja das Produkt, also wenn ich auf Google schaue zum Beispiel, das ich umsonst benutzen kann, wo mir keine Kosten entstehen. Wenn keine Kosten entstehen für mich als Kunde, dann bin ich als Kunde immer das Produkt. Dann sind in der Regel meine Daten gefragt, meine Beziehungen gefragt, was auch immer. Dann bezahle ich sozusagen dadurch, dass ich benutze. Und das ist in diesem Fall halt Bezahlung durch Datenbereitstellung. Also diese beiden Optionen gibt es. Wenn ich nicht möchte, dass jemand mit meinen Daten umgeht, dann muss ich halt für einen Service bezahlen. So einfach ist dort die Rechnung. Ja, im kollaborativen Bereich, also ganz oben eben auch etwas komplexere Monetarisierungsmodelle, gibt es halt ein Abo-Modell, Subskriptionsmodell. Also das ist quasi ein Abonnement. Oder eben es gibt ja sehr komplex, aber auch so beziehungsmäßig sehr komplex Aufbau eines Ökosystems, einer Plattform, wo eben, wie vorhin erläutert, mehrere Parteien daran partizipieren und ihren Nutzen haben. Wenn wir ein neues Monetarisierungsmodell uns überlegen, dann gibt es einige Erfolgsfaktoren, die wir beachten sollten. Wir können keine Gebühren erheben für Dinge, die schon mal irgendwo gebührenfrei verfügbar sind oder die irgendwo anders im Internet relativ einfach gebührenfrei zur Verfügung stehen. Also da ist kein Kunde bereit für Geld zu bezahlen. Und ja, die Mehrwerte, die der Kunde einmal genossen hat auf einer Plattform, die bisher kostenfrei waren, da ist es halt auch ganz, ganz schwierig, Kunden von zu überzeugen, jetzt in Zukunft für ein und dasselbe Geld zu bezahlen. Ja, wenn man eben sowas machen möchte, man hat zum Anfüttern Kunden Leistungen umsonst angeboten und jetzt möchte man sie kostenpflichtig machen, dann heißt es eben im Umkehrschluss, dass man neue Mehrwerte stiften muss, neue Optionen zum Beispiel anbieten muss, neue Funktionen und damit neue Nutzen anbieten muss, den man dann eben monetarisieren kann, den man dann eben kostenpflichtig machen kann. Ja, und am Anfang, wenn man natürlich so eine Plattform entwirft, dann muss man natürlich schon mal so ein bisschen vordenken, wie man sie entwickelt, womit möchte ich denn eigentlich in Zukunft mein Geld verdienen. Wir haben ja schon gelernt, am Anfang bei Plattformen muss teilweise wirklich sehr, sehr heftig investiert werden, damit wir dieses Henne-Ei-Problem, dieses Chicken-Egg-Problem, damit wir das eben gelöst bekommen, damit wir am Anfang eben eine gute Anzahl an Teilnehmern von beiden Marktseiten haben. Und das erreichen wir eben häufig nur dadurch, dass wir eben investieren im Sinne von, wir nehmen am Anfang eben für unsere Services kein Geld. Und wenn man dann danach weiß, man muss natürlich irgendwann anfangen, Geld zu verdienen, Investoren möchten natürlich ihr Geld irgendwann zurückbekommen und natürlich mit Zinsen zurückbekommen, dann muss man eben von vornherein wissen, was wird denn irgendwann mal kommen, wie werde ich denn meine Leistungen in Zukunft monetarisieren können. Es ist jetzt nicht so, dass man Geschäftsmodelle sich immer wirklich komplett neu überlegen muss. Es ist erlaubt und es ist sogar empfohlen, sich rechts und links umzuschauen und sich zu orientieren, wie andere Unternehmen vor allen Dingen aus anderen Branchen Geschäftsmodelle betreiben. Und sich an diesen anderen Branchen ein Beispiel zu nehmen. Und in dieser Grafik, die auch von Gassmann und Kollegen kommt, wird halt gezeigt, dass halt zunächst hier Gillette ein Geschäftsmodell erfunden hatte, das Razor & Razor Blade Modell, was natürlich ganz, ganz bekannt ist, was man in jedem Marketing Lehrbuch findet. Und dieses Modell ist halt übernommen worden von Nestlé und ist übernommen worden beim Entwurf des Geschäftsmodells für die Nespresso-Kapseln. Und es ist aber kombiniert worden noch mit einigen anderen Punkten, die bisher bei dem Vertrieb von Kaffee oder Kaffeeprodukten bisher eben nicht so waren. Das ist nämlich der direkte Vertriebskanal. Also direkt von Nestlé, nicht über Großhändler, nicht über Einzelhändler, direkt an den Kunden. Und ja, man kann ja diese Nestlé-Kapseln, diese Nespresso-Kapseln kann man ja eben online bestellen. Es gibt so ein paar Flagship-Stores, aber in der Regel ist das halt ein Direct-Selling. Ja, und ich versuche natürlich ein Login zu erreichen, also dadurch, dass ich so ähnlich wie beim Razor & Razor Blade Modell natürlich erstmal den Kunden halt eine relativ teure Kaffee, eine relativ günstige Kaffeemaschine für relativ teuren Kaffee verkauft habe. Damit habe ich halt einen gewissen Login-Effekt. Diese Kapseln funktionieren halt nur bei dieser Kaffeemaschine und andersrum, diese Kaffeemaschine kann eigentlich keine anderen Kapseln, jedenfalls war es am Anfang so angelegt, kann keine anderen Kapseln benutzen. Und dementsprechend habe ich natürlich einen gewissen Login-Effekt. Das heißt, der Kunde kann mich auf diese Art und Weise eben nicht so schnell verlassen. Ja, garniert wurde dieses Nespresso-Geschäftsmodell wirklich noch mit ganz tollen Showrooms in größeren Städten. Es gab wirklich Hochglanzbroschüren dazu, wirklich zu so einem Club der Kaffeegenießer zu gehören. Man hat einen Schauspieler, den George Clooney gewinnen können, der halt für Nespresso eben Werbung gemacht hat. Und das ist sozusagen die Kombination aus verschiedenen Strategien, die bei anderen Geschäftsmodellen schon lange bekannt waren. Aber eben auf diesem Punkt, in diesem Punkt Kaffee hat es das bisher noch nicht gegeben. Ja, und Nestlé versucht diesen Erfolg nochmal zu wiederholen und hat eben neue Produkte sich überlegt, die eben nach dem gleichen Muster funktionieren sollen. Ja, wenn wir uns jetzt ein neues Geschäftsmodell überlegen, dann, Sie können sich nach diesen ganzen Themen, die wir jetzt schon beackert haben, vorstellen, muss man sich einiges an Gedanken machen. Was wir natürlich immer erst machen, ist mal zu analysieren. Und wenn wir unser neues Geschäftsmodell haben oder unser aktuelles Geschäftsmodell haben, dann mal zu schauen, welche Komponenten unseres Geschäftsmodells sind denn vielleicht renovierungsbedürftig. Aus welchen, an welchen Punkten könnte man denn vielleicht ansetzen, etwas zu erneuern? Oder vielleicht auch, an welchen Punkten sind wir als Unternehmen ganz besonders angreifbar? Könnten halt Konkurrenten, neue Konkurrenten uns die Marktanteile streitig machen? Als nächstes geht es darum, neue Ideen zu generieren. Und ja, eine Hilfe dabei ist, so ein Workshop zu machen und zu überlegen, was würde denn die Firma XYZ tun, wenn sie unser Geschäft betreiben würde? Also, was wir versuchen beim Ideen generieren, ist, über den Tellerrand hinaus zu schauen und zu überlegen, wie würde zum Beispiel Ikea unser Geschäft betreiben? Wie würde McDonalds unser Geschäft betreiben? Wie würde Mercedes-Benz unser Geschäft betreiben? Wie würde Google das machen? Alle diese Geschäftsmodelle haben ja starke Positionen in ihren Branchen. Und worum es jetzt hier geht, ist, aus diesen anderen Branchen Ideen zu übertragen, so wie wir das gerade eben gesehen haben mit dem Razer und Razer Blade Modell, was eben von Gillette kam und in den Lebensmittelbereich übertragen wurde. Als Hilfe dazu haben Gassmann und Kollegen 55 Muster von Geschäftsmodellinnovationen identifiziert und in ihrem Buch beschrieben, was ich hier aufgelistet habe und was sie natürlich auch in den Literaturangaben finden, was ich auch sehr empfehlen kann und dort werden halt eben ganz verschiedene Fälle vorgestellt, ganz verschiedene Eigenschaften von Businessmodellen, die in ihrer Branche jeweils ganz erfolgreich waren. Und an diesen Eigenschaften können wir uns orientieren, können wir uns inspirieren lassen und können wir uns überlegen, was könnte man mit diesen Ideen aus anderen Branchen nun in unserer Branche anfangen, um unser Geschäftsmodell zu innovieren. Ja, wenn wir das gemacht haben, wenn wir Ideen gesammelt haben, wenn wir Geschäftsmodelle gezeichnet haben, dann ist es natürlich super wichtig, dass wir überprüfen, ob denn unser Geschäftsmodell konsistent ist. Dass wir überprüfen, gibt es da irgendwo eine Sollbruchstelle? Gibt es da vielleicht irgendwo einen Punkt, wenn der schief geht, dann zerfällt unser komplettes Geschäftsmodell und dann sind wir früher oder später eben zahlungsunfähig. Was man zum Beispiel machen könnte, ist ein Workshop, Kill Your Business oder Kill Your Company, also dass man gezielt versucht, wir sind Wettbewerber, dass man das eben annimmt und überlegt, was würden wir jetzt als Wettbewerber tun, um dieses neue Geschäftsmodell, was wir uns gerade eben überlegt haben, um das zu Fall zu bringen. Das dient halt dazu, sich sozusagen die richtige Brille aufzusetzen, die richtige Perspektive zu verpassen und gezielt nach Schwachstellen zu suchen und das Geschäftsmodell eben dann nochmal zu verfeinern, dass diese Schwachstellen ausgemetzt werden. Der letzte Punkt ist natürlich dann die Implementierung. Und das macht man natürlich so, dass man immer versucht, sich ein kleines Testfeld erstmal zu erarbeiten und zu schauen. Einerseits ist es natürlich, funktioniert es technisch. Das ist in der Regel nicht das große Problem. Das bekommt man hin, sondern hier geht es ja um Innovationen von Geschäftsmodellen. Das heißt, die Frage, akzeptieren unsere Kunden, die wir vielleicht noch auf zwei Marktseiten haben, akzeptieren unsere Kunden dieses neue Geschäftsmodell? Was machen Wettbewerber, wenn sie merken, dass wir am Markt antreten? Wie werden die reagieren? Und da gibt es so als Methodik die Lean Startup Methodik vom Herrn Ries, vom Eric Ries, der die entwickelt hat. Auch das ist eine ganz klasse Methode, um eben Geschäftsmodelle auszuprobieren, kleinschrittig auszuprobieren, immer wieder zu verbessern und eben nicht mit einer ganz tollen Full-Fledged-Lösung halt anzufangen, sondern eben mit etwas ganz Kleinem. Er hat diesen Begriff geprägt von der Minimum Viable Solution, vom Minimum Viable Product und das eben zu implementieren und damit auszuprobieren, ob das Geschäftsmodell, was wir jetzt überlegt haben, ob das überhaupt fliegen kann. Der letzte Punkt, auf den ich noch mal ganz kurz eingehen möchte, ist dieses Stichwort Kill Your Company Workshop. Also was wir dort machen, sind eben Ideen zu suchen, wie man denn unser Geschäftsmodell zerstören könnte, wenn man der Wettbewerber wäre. Und ja, man sucht sich halt eben ganz, ganz viele Beispiele und wie wir hier sehen, werden diese Beispiele aufgetragen in Umsetzbarkeit und Auswirkungen. Also wie leicht hat es der Wettbewerb oder irgendwelche anderen einflussnehmenden Stellen, wie leicht haben die es denn, diese Ideen umzusetzen? Und wenn sie das schaffen würden, wie groß wäre dann die Auswirkung eigentlich auf unser Business, auf unser Geschäft? Wie zerstörerisch wäre das? Ja, und wenn natürlich die Umsetzbarkeit hoch ist und die Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell eben auch hoch sind, also oben rechts der Quadrant, das ist natürlich der Quadrant, den wir als erstes Mal in Angriff nehmen müssen, wo wir wirklich überlegen müssen, wie können wir unser Geschäftsmodell gegen dieses Zerstörungspotenzial schützen. Damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß, beim Modellieren von Geschäftsmodellen.